Was würde passieren, wenn ich Bilder von mir selbst im Internet hochladen würde und jedem die Erlaubnis geben würde, es zu benutzen, wie er will? Lande ich auf pornografischen oder terroristischen Seiten? Das und warum dieses Video zwei Jahre in the making war, seht ihr jetzt. Als erstes brauche ich Bilder, die ich hochladen kann. Bei dem Motiv habe ich mich an den Vorschlägen der Seite Pixabay orientiert. Das ist auch die Seite, auf der ich später meine Bilder hochladen werde. Anders als zum Beispiel Shutterstock gibt uns Pixabay die Möglichkeit, jedem frei und kostenlos unsere Bilder zur Verfügung zu stellen. Zwar kann man auf freiwilliger Basis dem Fotografen Geld spenden, aber Spoiler, ich habe nichts bekommen. Netterweise zeigt uns Pixabay an, welche Suchbegriffe gerade gefragt sind. Das waren damals unter anderem die Begriffe Schüler studieren und Schlaf. Ich sage bewusst damals, weil das Ganze jetzt zwei Jahre her ist. Ich wollte nämlich lange genug warten, bis meine Bilder auch in Hülle und Fülle benutzt werden. Und was soll ich sagen, der Zeitpunkt ist gekommen. Das sind die Bilder, die ich hochgeladen habe. Davon wurden vor allem die hier am meisten runtergeladen. Nämlich ganze 1048 und 791 Mal. Nicht schlecht für den ersten Versuch. Also gucken wir mal, wo meine Bilder überall zu finden sind. Das Warten hat sich allem Anschein nach gelohnt, denn 100 verschiedene Seiten haben meine Bilder benutzt. Hier die interessantesten Funde. Ich bin auf verschiedenen Nachhilfe- und Lehrwebseiten. Ich bin eins der Werbegesichter für Deutsch-Nachhilfe-Kurse in Ostbevern. Ich frage mich, was die perfekte Punktzahl für die SATs in Amerika sind. Und erkläre dir, warum es besser ist, mit deinem Partner zu arbeiten. Ach ja, und ich repräsentiere Frage 10 in einem russischen Wissenstest. Und ab dem Punkt wird es leider nicht besser. Ich finde mein Bild auf zwei slowakischen Seiten, die über LGBT-gerechte Sprache reden. Leider kann Google die Seite nicht besonders verständlich übersetzen und ich möchte jetzt keine Assumptions machen. Aber auf der zweiten Seite wird das dann ein bisschen deutlicher. An normalen Monstern ist nichts heilig. Ein neues Ziel für die LGBT-Propaganda, Mutter Slowakien. Es scheint, dass das Geschlecht nicht ausgewogen ist. Anscheinend muss man eben auch auf sowas eingestellt sein, wenn man die Rechte an sein Bild abgibt. Ich kann mich noch glücklich schätzen, dass das Foto nicht so benutzt wurde, als ob ich mich zur Debatte äußern würde. Dazu hätten die Betreiber der Seite nämlich theoretisch auch das Recht gehabt. Zwar gelten in Deutschland persönlichkeitsschützende Gesetze und das Recht an eigenem Bild, aber die habe ich ja über die Vertreibung durch Pixabay abgegeben. Oder? Jein. Mein Einverständnis hat Pixabay. Wenn man sich aber die Nutzungsrechte der Seite anschaut, hätte CZ24news mein Bild eventuell nicht benutzen dürfen. Denn Pixabay sagt, Die Pixabay-Lizenz gestattet nicht die Darstellung von identifizierbaren Personen auf beleidigende, pornografische, obszöne, unmoralische, diffamierende oder verleumderische Weise. Na gut, mein Bild wurde noch sehr indirekt in den Kontext gebracht und ich meine unmoralisch ist für jeden wahrscheinlich irgendwas anderes. Trotzdem nicht gerade schön auf einer Seite zu sein, die die LGBT-Community als anormale Monster bezeichnet. Durchatmen. Der nächste Fund freut mich tatsächlich ein bisschen. Ich bin nicht nur auf einem, sondern gleich auf acht Thumbnails zu einer YouTube-Reihe für arabischsprachige Menschen, die Englisch lernen wollen. Gute Sache, gut benutzt, gefällt mir. Weiter. Ich bin auf einer Seite auf Hindi, die dir beibringen soll, der Daten besser zu merken. Außerdem bin ich auf einer indonesischen Seite, die dir Englisch beibringen soll, die I can English heißt. Oh Mann, Alter. Okay, ich hab keine Ahnung warum, aber die Mehrzahl der Seiten, die jetzt kommen, sind auf Japanisch. Schnelldurchlauf, bereit? Drei, zwei, eins, los! Eine japanische Seite, die dir koreanisch beibringen soll. Eine Seite, die dir zeigt, wie du Klass und Bester wirst. Eine über maschinelles Lernen. Jetzt wird's richtig weird. Eine Seite über den perfekten Luftdruck in Rennrädern, für Anfänger. Eine über was bei Trauerfeiern erlaubt ist. Hier wird dir erklärt, wie du am besten deine Waschmaschine reinigst. Die hier macht Werbung für Haarentfernung und erklärt den Prozess. What the fuck? Und wem das alles jetzt noch nicht verrückt genug war, hier bin ich das Werbegesicht für eine Friseurschule in Mauritius. Oder auf Mauritius. Oder wie wär's mit einer vietnamesischen Seite für Horoskope? Der Mann des Affenkörpers? Was zur Hölle soll das heißen? Was soll das heißen? Fun Fact. Das Recht am Bild geht noch bis zu 10 Jahre nach dem Tod der abgebildeten Person. Vorher muss ein Einverständnis von Verwandten eingeholt werden. Ey, erinnerst du dich noch an das Bild hier? Das hatte ich mehr oder weniger als Test auf Pixabay hochgeladen, aber anscheinend haben Leute auch dafür Verwendungen gefunden. Ich seh nämlich aus wie ein hochintelligenter Introvertiert. Und jetzt kommt was, was ich so überhaupt nicht verstehe. Die Seite hier hat mein Bild genommen und verkauft es jetzt für ordentlich Geld einfach nur ausgedruckt weiter. Ich erinnere kurz, ich habe keine einzige Spende bekommen. An der Stelle können wir uns jetzt nochmal kurz die Nutzungsrechte von Pixabay anschauen, die nämlich sagen, Den Verkauf oder Vertrieb von Inhalten, zum Beispiel als Poster, Digitaldrucke, Musiktitel oder physische Produkte ohne zusätzliche Elemente hinzuzufügen oder anderwertig ein Mehrwerk zu schaffen, ist untersagt. Aber wir interessieren sich schon für Regeln. Das ist das Internet. Hier ist alles möglich. Oh, und es gibt acht Produktbewertungen. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass die fake sind, aber ich mag aber den Gedanken, dass ich bei irgendwem einfach an der Wand hänge. Sei es in einer mauritischen Friseurschule oder einfach als Deko bei jemandem zu Hause. Moment, 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 Moment. Die Seite verkauft gar keine Bilder? Die Seite verkauft Klamotten? Okay, jetzt bin ich richtig verwirrt. Hat jetzt jemand meine Klamotten recherchiert, verkauft die da und benutzt mich als Beispielbild? Viel Glück, die Jacke noch zu bekommen, die habe ich vor sieben Jahren oder so bei H&M gekauft. Also habe ich mal einfach den Kundenservice angeschrieben, aber was soll ich sagen? Da kam seit über einer Woche keine Antwort. Ärgerlicherweise existiert eine meiner Lieblingsseiten leider nicht mehr und ich habe auch keine Screenshots oder Aufnahmen davon gemacht. Das Ganze war eine Spaßseite, so ein bisschen aufgebaut wie ein Buzzfeed-Quiz. Und du musst es versuchen, beim ersten Mal Buch aufschlagen, die Seite mit den Brüsten zu finden. Darunter hatte man dann die Möglichkeit, aus drei verschiedenen Buchseiten sich zu entscheiden und was soll ich sagen? Habe es vorerst drei geschafft. Kann es nicht beweisen, aber es geschafft. Übrigens habe ich den Link zu meinen Bildern unten in die Videobeschreibung gepackt. Also wenn ihr selbst mal nach Webseiten nachgucken wollt und sich irgendwas geändert hat, schreibt mir gerne in die Kommentare. Das Fazit. Ich persönlich fand das Experiment super interessant. Über die allermeisten Benutzungen konnte ich mich auch wirklich freuen, auch wenn es sich natürlich weird anfühlt, auf verschiedenen Webseiten einfach sein eigenes Gesicht zu sehen. Außerdem ist es nochmal besonders schön, auf so Webseiten wie Deutschsprachkursen oder Englischsprachkursen und sowas drin zu sein. Dass das Ganze ganz anders ausgehen kann, haben wir ja leider auch gesehen. Also macht das bitte auf keinen Fall nach, vor allem nicht dann, wenn ihr minderjährig seid. Das ganze Ding hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht und ich würde mich wirklich interessieren, was für Sachen rauskommen würde, wenn ich zu mehr Themen noch mehr Bilder hochladen würde. Zumal ich mittlerweile auch schon deutlich bessere Fotos schießen könnte. Ist ja vielleicht Stuff für einen zweiten Teil. Wenn ihr das gerne sehen würdet, dann liked das Video, gebt einen Kommentar, abonniert, aktiviert die Glocke. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dahin. Ciao. 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 Ciao.